Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zu WRC8 liebe Freunde. Es geht los im Skoda zur Hersteller-Testfahrt. Schauen wir ob wir da ein bisschen Kohle bekommen. Da war wirklich so eine Art Verengung. Ja, 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 ja. Rechts 3, mach zu, in links 2, 100. Links 4, mach zu, 3, lang. In rechts 2, kurz 80. Scharfe Hanan, links 50. Okay. Das war der Shakedown, schade. Das war ganz knapp, dass wir hängen geblieben sind. Jetzt zählt's. 30, links 3, macht auf. Wollt er gar nicht durchfahren, schade. Rechts 4, in links 3, kurz. Und rechts 4. In Knoten. Und Kuppe in rechts 5, mach zu. In links 5, 80. Achtung, Abzweig rechts, in links 4, lang. Mach zu, in rechts voll. Ah, doch die Pletschen ist das gar nicht so einfach hier. Und rechts 4, kurz 30. Rechts 4, kurz. In Knoten 50. Bremsen, Haarnadel rechts, in links voll. Und links 4, kurz Verengung. Und rechts 3, Verengung in links 3. Innen halten, in rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 3, kurz 40. Rechts 3, mach zu, in links 2, 100. Links 4, mach zu, 3, lang. In rechts 2, kurz 80. Scharfe Haarnadel links, 50. Links 4, kurz in rechts 4. Leicht schneiden, in links 3, kurz. Und Kuppe in rechts 3, kurz. Nicht schneiden. Und Haarnadel rechts, 50. Links voll und Achtung. Gefahr über Kuppe. Abzweig links, 5, innen halten. Und rechts 5, kurz in links 4, kurz. Ah! Ja, das war jetzt komplett verpeilt. Rechts 3, in links 3, 50. Links 5, kurz, in rechts 4, lang. Mach zu, 3. In links voll, 30. Rechts voll und Bremsen in rechts 4, über Brücke. Und Achtung, rechts 2, Bremsen für scharfe Haarnadel links, 50. Links voll in Knoten. Und Haarnadel rechts, nicht schneiden, 80. Links 3, kurz, in rechts 4, mittel, macht zu, 3. In links 3, kurz, 20. Scharfbremsen links 4, macht zu, Haarnadel links, 30. Rechts 3, halten in links 3, kurz, 50. Bremsen links 3, kurz, in rechts 2, kurz, in links voll, 50. Kuppe in rechts 4, 80, unheben. Scharf links, nicht schneiden in Brücke. In links 3, kurz, 30. Rechts 4, lang, macht zu, in links 4. Und rechts 3, 20. Links 3, über Kuppe, Bremsen, 20. Haarnadel rechts. Und links 3, in rechts 4, nicht schneiden. Und rechts 5, kurz, in links 4, kurz. In rechts 3, 30. Links voll, macht zu, 3, kurz. Und Knoten über Kuppe, in rechts 3, in links 2, macht auf. Und rechts 6, 30. Scharf rechts, über Brücke und rechts 2. Alter, 99 Prozent, ja nice. So geht die Moral runter. Naja, alles klar. Ja, aber eine geile Etappe, hat mir gefallen jetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Perfekt. So, dann müssen wir unsere Leute wieder austauschen. Äh, nö. So, jetzt, äh, geht's nach Italien, liebe Freunde. 100% Schotter, sehr schön, weich. Wir sollen auch für unsere Ziele, haben wir die, haben wir die hier auch irgendwo? Keine harten Reifen, die nächsten zwei. Das ist einmal, haben wir schon. Und das werden wir auch jetzt nicht machen, vor allem, das ist relativ kurz. So, wir fahren mal die zwei, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie spät das ist. Und die Super Special und die Power Stage dann vielleicht das nächste Mal, obwohl es wäre natürlich besser durchzufahren. Aber wir müssen schauen mal in der 4K-Aufnahme, dass sich da auch, dass das auch schnell verarbeitet. Und, dass ihr das heute noch seht, auf jeden Fall, sonst wird es schwierig. Ich habe nämlich schon zwei Parts aufgenommen, also, andere Spiele. Schauen wir einfach mal. Fahr mal die zwei und dann schauen wir, wie die Zeit steht. 50, links, vier. So, jetzt lasse ich mal kurz überlegen. Ihr könnt es mir, das ja auch sagen. Mir kommt nur gerade die Helligkeit wieder mal extrem hell vor. Wo ist das noch einmal? Okay, ich finde es gerade nicht. In Blumen haben wir eh aus. Ich finde aber die Helligkeit gerade nicht. So, jetzt war ich glaube ich noch mit dem Grip Asphalt gerade. Und rechts fünf hin, links fünf lang, macht zu. Drei kurz über Kuppe. Das ist einfach zu hell. Ich sehe nur weiß auf der Straße. Das gibt es ja nicht. Ist das mein Bildschirm, mein neuer? Was ist denn da los? Ich muss doch hier irgendwo die Helligkeit darunter drehen. Oder finde ich es nur. Sehe ich es nicht nur blind. Ich verstehe es nicht. Filter, Partikel. Okay, jetzt hat er die Helligkeit nicht einstellen kann. Hallo? Und rechts 3, in links 5, lang 50. Achtung! Scharf links, leicht schneiden, 50. Links 6, kurz und rechts 5, mach zu, lang! In links 4, mach zu, über Kuppe. Dann müssen wir dann noch einen Hauch, manchmal mit der Birne bringen, dass wir fahren. Die Straße ist fast, das wird jetzt das... Links 6, mach zu, 3 mittel, nicht schneiden. Keine Ahnung was das ist, aber... In rechts 2, mittel, mach zu. Schaut nicht gut aus. Links 6, bremsen, für scharf links, nicht schneiden, 50. Und das irritiert mich so viel, dass ich mich nicht auf das Fahren konzentrieren kann. Links 3, kurz. In rechts 4, über Bodenwelle, in links voll, kurz über Kuppe. In rechts 5, sehr lang, mach zu, 4. Und links 6, in rechts 5, kurz. Und links 6, in rechts 5, kurz, 40. In links 5, 60. Links 5, mach zu, in rechts 4, kurz und Knoten. In links 3, Verengung, nicht schneiden, und rechts 5. Achtung, bremsen, scharf links, macht auf, 30. So. Wir müssen ja weiter fahren, jetzt fahren wir definitiv nur die 2 Etappen. Dass das Video in 4K noch gut verarbeitet wird. Achtung, bremsen, für Haarnadel rechts, nicht schneiden. Macht auf, lang. Pfff, unfassbar, oder? In links 4, über Bodenwelle. Und links 3, macht zu, sehr lang über Kuppe. Ich finde die Helligkeit nicht. Und rechts 5, in links 5, lang, macht zu, 3 kurz über Kuppe. Dass man die während des Spiels nicht einstellt, das ist mir noch immer ein Rätsel. Die Helligkeit. Und rechts 3, in links 5, lang, 50. Für mich ist es gerade extrem zu hell. Ja, und wieder so eine super Ecke da hinten, ich weiß schon wieder. Da. Achtung, bremsen, scharf links, leicht schneiden, 50. Links 6 kurz und rechts 5, macht zu, lang. In links 4, macht zu, über Kuppe. In rechts 4, macht zu, 3, Haus innen, macht zu, über Bodenwelle. Links 6, macht zu, 3, Mittel, nicht schneiden. In rechts 2, Mittel, macht zu. Links 6, bremsen, für scharf links, nicht schneiden, 30. Links 3 kurz. In rechts 4, über Bodenwelle, in links voll, kurz über Kuppe. In rechts 5, sehr lang, macht zu, 4. Und links 6, in rechts 5, kurz. Und links 6, in rechts 5, kurz, 40. In links 5, 60. Links 5, macht zu, in rechts 4, kurz und Knoten. Kurz und Pünke. In links 3, Verengung, nicht schneiden, und rechts 5. Achtung, bremsen, scharf links, macht auf, 30. Links 5. Und links 4, kurz, in rechts 3, sehr lang. In links 5, kurz, Baum innen, in rechts 5, 50. In links 3, lang, macht auf, 200, uneben. Links 5, bremsen, in rechts 3, kurz, sehr eng. In links voll und rechts 3. In links 4, nicht schneiden, in rechts 4. Und links 1, mittel, nicht schneiden, in rechts 3, schneiden. Und links voll, macht zu, uneben. In rechts 4, macht zu, in links 4, kurz, nicht schneiden. In rechts 2, macht auf. In links voll und rechts 5, nicht schneiden. In links 4, kurz, in rechts 5, kurz, in links 1, nicht schneiden. Und Harnadel rechts, in links voll, leicht schneiden. Boah, schade. Haben wir bloß liegen lassen. In rechts 4 und links 3. In rechts 4, kurz und Harnadel links, leicht schneiden. In rechts 5 und links voll, in rechts 4, kurz. In rechts 3, voll überkuppelt zum Ziel. Ja, doch, voll überkuppelt, ja, hat gestimmt. Hat gestimmt, hat gestimmt, hat gestimmt. Oh, okay. Ja, dieser eine Rutscher vielleicht, ja. Petro Heller hier auf 3, dann der Skoda, VW, Ford, alle 3 Marken. Fünfter, ein Citroën. Sehr schön, perfekt. So, Freunde, dann fahren wir noch die zweite. Ja, und dann beim nächsten Mal fahren, fahren wir wieder in Shakedown. Dann geht das schon. So, müssen wir unbedingt sagen, bei der vorigen Relevanz der Helligkeit. Also, ich habe die Straße nicht erkannt, ich habe nur weiß gesehen, fast stellenweise. Mal schauen, ob es jetzt geht. Da muss ich dann noch ein bisschen schauen, dass ich das irgendwie einstelle. Oder ist das vielleicht nur durch meinen neuen Bildschirm, die Helligkeit, ich weiß nicht. So, jetzt konstruieren wir uns mal hier, für heute, für die letzte Etappe. Jetzt schaut es Weltklasse aus, jetzt passt es super. So, nur bei der Sonne ist das grauenhaft. Hier passt es optimal. Und links 5 kurz und rechts 4 macht zu. Und links voll nicht schneiden und rechts 5 uneben, macht zu. In links 3 macht zu, 2 nicht schneiden, Fels außen. In rechts 3 kurz nicht schneiden, in links 3 kurz, macht auf. In rechts voll lang über Bodenwelle. Und links 5 macht zu, 3 in rechts 2 mittel. Und links 5 kurz, in rechts 5. In links 4 kurz, macht auf. Und rechts 5 in links 3 kurz, in rechts voll 200 über Bodenwellen. Rechts 4 nicht schneiden, 40. Und links 5 kurz, in rechts 4 lang über Bodenwelle. 30. Links 3 sehr lang, macht zu. In rechts 5, innen halten, 50. Boah, ich glaube, das sind wir in den rechten, hinteren Radar binnen ins Parkett gekommen. Hinten. Rechts 5 kurz, macht zu, 3 nicht schneiden. Verengung bei Abzweig. In links 5 Verengung, innen halten, 30. Also fahren wir das Ganze wieder retour. Und links 4, in rechts 5 Verengung, 30. Knoten in rechts 5, 50. Links 5 kurz, 30 mittig halten. Und links 5 kurz schneiden, in rechts 5 und links 4 sehr lang innen halten. In rechts 6 über Kuppe, in links voll. In Bodenwelle, bremsen, für links 4, uneben. In rechts 4, macht auf. In Achtung, bremsen, für scharf rechts. Und rechts voll, uneben 100. Und links 5, macht zu. Sorry. 3, mittel. Es hat gerade gejuckt. Und rechts 3 lang, macht auf, 40. Auf der Nase. In links 3, macht auf, in links 4, über Kuppe. Und rechts 4, über Kuppe, macht zu. In links 5, mittel, macht zu, 40. Rechts 5, 40. Achtung, bremsen, für scharf rechts, 80. Rechts 6 lang, macht zu, 4. Und links 4, macht zu, in rechts 4, kurz, macht auf. In rechts voll, macht zu, 5 und links 4, uneben, nicht schneiden. Und rechts 3 lang, nicht schneiden, macht auf, 60, über Kuppe. Rechts 5, macht zu, in links 4, scharf bremsen, für Haarnadel links, nicht schneiden, 60. Und rechts 5, macht zu, kurz 30, zum Ziel. Jaaaa... Schauen wir mal... Nice! Aber im Vergleich zur vorigen Etappe kam ich mir jetzt nicht 6 Sekunden schneller vor. Also das ist nicht so ganz optimal eingestellt, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben ja auch wieder einen kleinen Ding drin gehabt, aber ich war jetzt nicht 6 Sekunden schneller wie in der vorigen Runde. Oh, ich war unten schon da, 11.000 Minus, das gibt's ja nicht. Yo... Insgesamt sind wir aber Erster. Ja gut, da müssen wir doch immer wieder durch diese Zwischenevents auch fahren, weil... Sonst kommen wir ja wirklich krass ins Minus, wie's ausschaut. Aber warte mal, falls wir das Ding gewinnen hier oder ganz vorne dabei sind... Werden wir hoffentlich wieder ein bisschen eine Kohle bekommen, aber irgendwie... Keine Ahnung. So, die Reifen haben jetzt das meiste eh schon gemacht, dass wir... Nächstes Mal vielleicht in den Fertigkeitenpunkt vielleicht irgendwo reingeben, dass wir mehr Kohle bekommen. Das wäre nicht schlecht. Dass wir zumindest nicht im Minus sind. Jo, dann darf ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir müssen jetzt leider abbrechen, dass es 4K noch bis am Abend ausgeht, hoffentlich. Dass er das noch verarbeiten kann. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Und nächstes Mal werden wir vielleicht auch wieder so machen, dass wir jetzt eben die 2... Etappen wieder hier in Italien fahren und dann wieder noch einen... Kleinen Sonderevent. Vielleicht eine historische Rallye oder keine Ahnung, einen Hersteller-Test. Wir müssen da ins Plus kommen. So ist einmal der aktuelle Plan. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir sind in Führung, das ist gut. Und ja, das nächste Mal... Geht's weiter. Ich weiß nicht, ob ich's morgen... Schaffe ich's morgen? Lass mich mal kurz überlegen. Ja, könnte vielleicht gehen morgen. Könnte vielleicht morgen gehen. Schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich schaffe's morgen. Wenn nicht dann... Obwohl das relativ kurz... 2, 12, 4, 13... Plus noch einen kleinen Boni. Ja, vielleicht kann ich den morgen... Morgen schnell aufnehmen. Trotzdem danke fürs Zuschauen, liebe Rallye-Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und danke für die Tipps. Hab ich es letztens schon gesagt? Ihr habt's ja gesagt... Ähm... Hab ich es ja schon gesagt? Nein, ich weiß gar nicht. Wo diese zwei Runden sind... Eben... Jetzt hier... Diese Superspecial wahrscheinlich... Mit den zwei Runden oder so... Dass da die schnellste Runde zählt... Und nicht insgesamt... Ich hätte da eher insgesamt genommen zwar, aber... Vom Gefühl her jetzt... Aber wenn das so ist... Mit der schnellste Runde... Es wäre eine Erklärung... Wenn der vor mir im Ziel ist... Und ich trotzdem Erster bin, dass eventuell die schnellste Runde zählt. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Das ist natürlich durchaus im Bereich des Möglichen. Aber gut... Sei es dahingestellt... Wir werden es jetzt... Beim nächsten Mal hier noch einmal... Was ganz genau in die... Unter die Lupe nehmen... Und uns die Zeit anschauen... Was wir insgesamt gefahren sind... Und was die schnellste Runde war... Und was dann dort beim Ergebnis steht... Und dann werden wir dieses Geheimnis auch lüften. Gut, Freunde... Danke noch einmal... Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!